Molotov Beat Records M.B.R. So, hi und herzlich willkommen bei Blickborns Quatschecke. Heute bei mir zu Gast ist der Sido, der ein oder andere kennt ihn. Der ist so ein Musiker. Naja, hallo Sido erstmal, herzlich willkommen hier und wie geht's dir? Bestimmt gut. Alles klar, andere Frage, willst du irgendwas trinken? Ne, aber in Plattenfirma sagt ich soll. Na ja, dann hol ich mal was zum Trinken, wo ist eigentlich das Bier für Dings hier? Ich hab das Bier schon geholt hier, das ist sein Bier. Achso, alles klar, ja, ich seh, ja, ja, ich hab's alle klar. Aber geht jetzt nicht um trinken, sondern geht eigentlich um den Beat. Also hören wir uns den einfach an, der Winter Beat 2010 von M.B.R. Molotov Beat Records M.B.R. M.B.R. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.